Das Video hier, das wird sich angeschaut. Und zwar trägt es den wunderschönen Titel Warum die Voken von allen gehasst werden. Und es soll wohl die Frage beantworten, was ist Vokismus? Was sind Voke? Und ähm... Ich weiß es nicht. Wow! Ich wurde neulich auf was hingewiesen, was mich krass schockiert hat. Ich bin anscheinend Vogue. Und nicht nur ich, alles ist Vogue. Funk, Hollywood, die Regierung, alle Influencer, die Montana Black nicht mag. In den USA hat eine Organisation, Hollywood, die Regierung, alle Influencer... Als Teil einer linken Bubble, die er verabscheut, sieht Montana Black die Content Creators Freiraum Reh, Rob Bubble und Hand of Blood an. Shuyoka, Freiraum Reh, Rob Bubble und Hand of Blood an. Das ist die Rotfront. So würde ich auch sagen. Ich würde sagen, wenn ich über die Rote Front in Deutschland spreche, dann spreche ich über Shuyoka, Freiraum Reh, Rob Bubble und Hand of Blood. Das ist ja sowieso... Man wird ja... Der Bader-Mainhoff-Komplex wird ja demnächst auch einfach umbenannt. In den Shuyoka-Freiraum Reh, Rob Bubble, Hand of Blood. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn es nochmal eine Rote Armee Front gibt, dann stehen diese vier als Köpfe ganz vorne. Bin ich mir sehr sicher. Wenn es da die Montana Black nicht mag, in den USA hat eine Organisation mal alles gesammelt, was da laut Fox News gerade alles Vogue ist. M&M's, Nike, BlackRock, Lockheed Martin, Facebook, Twitter, Google, North Face, Woka-Cola, Ben & Jerry, Walmart, Corporations. Woka-Cola. Du kannst gerne nachschauen. Ich sagte, ich finde, der Tweet von Gronkh war ein Arschmuh von mir und danach habe ich es sogar noch erklärt. Halt doch einfach dein Maul, ey. Warum erklärt ihr euch alle? Warum scheißt ihr euch ein, Alter? Schreibt doch einfach, ey, Gronkh, das ist ein Arschmuh gewesen mit dem Typen und wenn der sich dann einpisst, dann lach ihn aus. Was soll denn das? Immer dieses, ich möchte es dir inhaltlich erklären. Glaubst du, dass jemand, der Millionen auf dem Konto hat und sich wegen so einer Aussage einscheißt, Interesse hat an Inhalten? Schaltet doch mal euer verficktes Gehirn ein. Das ist doch fucking langweilig. Pisst euch doch einfach mal ein darüber. Ne, pisst euch nicht, scheißt euch nicht ein, pisst euch ein. Lacht doch einfach mal ein bisschen. Hab doch mal ein bisschen Spaß an der Sache. Ja, selbstverständlich ist das ein Arschmuh. Ja, selbstverständlich ist das ein Arschmuh, wenn du irgendeinen unbedeutenden Moderator in einem Stream mit 300 Leuten, wenn du da den einen Satz herauspickst und dann einen Tweet drüber machst. Aber auf der anderen Seite hat das nun mal was mit Reichweitenverantwortung zu tun, wo einige Leute am laufenden Band verkacken, ich mit eingegriffen, äh, mit eingeschlossen. So, manchmal verkackt man, manchmal passiert sowas und dann sollte man da auch nicht mehr draus machen, als eigentlich da ist. Keine Ahnung. So, es werden alle Beteiligten überleben. Kapitalismus, fascism, racism, public schools, private schools, universities, medical schools, college campuses, math, kindergarten, lesson plans, the CIA, NASA, military. 2024, nicht mal 20 Stunden alt und schon wird sich eingeschissen. Das wird nicht mehr akzeptiert hier, Alter. Das wird dich für solche scheiß Diskussionen nicht. Mir ist nämlich für solche scheiß Diskussionen nicht so, Gronkh hat mich angegriffen. Wo denn? Im Chat von Drakon heute Morgen. Und dabei habe ich nur gesagt, dass das ein Arschmuff war und mich danach noch 40 Minuten inhaltlich gerechtfertigt. Scheißt euch doch nicht ein, Junge. Lacht die doch einfach aus. Lacht die doch einfach aus, Mann. Schreibt doch einfach scheiß die nicht ein und dann ist es in Ordnung. Vor allem legit Arschmuff. Was ist denn das Schlimme jetzt an Arschmuff? Die sind alle gegen die Wurken, weil wir übersensibel sind auf alles und dann scheißen die sich wegen dem Wort Arschmuff ein oder was? Wegen Arschmuff. Arschmuff. Wegen Arschmuff. Dem Satz Arschmuff. Wir hätten keine Kompromisse gemacht, 2024. 2022, 2024. No fucking Einschisszone hier. Das ist wirklich ein Safe Space. Ich kreiere hier einen Safe Space für Unterhosen. Hier ist jede Unterhose sicher. Hier wird sich nicht mehr eingeschissen. Enough of the woke Santa. Baseball is going woke. The NFL. US Soccer is a body. LeBron James. What's going on with the wokeification of NASCAR? Das ist krass. Das hätte ich nicht gedacht. Sogar Jesus ist in letzter Zeit woke geworden. Jesus ist zu links. Warte mal, ähm, was heißt woke eigentlich? Ja, gute Frage. Woke ist die Idee, dass alles, was mir nicht passt, braucht ein Wort. Und das Wort ist wie woke. Ich hätte nicht gedacht, also man muss wirklich, man muss den Leuten lassen, ne? Das Wort woke ist eine der schönsten rechten Erfindungen, die es gab. Eine der erfolgreichsten rechten Erfindungen, die es gab. Wirklich. Das muss man denen wirklich, die haben es ja lange probiert, ne? Gut Menschen, Social Justice Warrior, Linksgrün Versiffte. Die haben es ja wirklich lange probiert. Aber mit woke haben die den Nagel auf den Kopf getroffen. War wirklich gut. Nach der Autobahn. Die Idee der Autobahn kam von Konrad Adenauer. Und da wissen wir ja alle, dass das ein flammender Demokrat gewesen ist. Niemand anders? The Democrats want to get you in an argument where you're having to define wokeism. It could be a feeling, it could be a sense. Ja, für was denn? Offensichtlich ist woke ein Begriff, der inflationär rumgeschmissen wird. Und in diesem Video will ich herausfinden, warum das Thema Leute so wütend macht. Ob wirklich alles woke geworden ist und wie woke ich eigentlich selber bin. Kapitel 1. Was bedeutet woke? Ja, ey, ich hab keine Ahnung. Wenn du mich fragen würdest, was ist woke? Ich weiß es nicht. Also ich glaube zusammengefasst, alles was LGBTQI plus ist, also legit einfach alles, alles was nicht heteronormativ ist, ist automatisch mittlerweile woke. Ich glaube selbst Schwule haben eine regressive Entwicklung zu erleiden. Selbst Schwule sind jetzt woke. Ich dachte eigentlich, dass wir das mit den Schwulen zumindest halbwegs gut hinbekommen hätten. Aber auch Schwule sind jetzt woke. Und alles was so mit Schwulen zu tun hat, ist woke. Und alles darüber, ich glaube, das hat gar nicht so viel mit links rechts zu tun, dieses woke, dieser Begriff woke. Super viele, die ich jetzt nicht als rechts bezeichnen würde, die jetzt mit ansonsten regressiver, rechter oder totalitärer Politik nichts zu tun haben, nutzen woke als, ey, mir ist das, ich verstehe das nicht. Und weil ich mich auch nicht damit beschäftigen möchte, muss ich das irgendwie legitimieren, warum ich das nicht tue. Und deswegen nenne ich das woke. Ursprünglich links und jetzt neo-woke. Alter, mach deinen Kopf zu, Alter, wirklich. Der Satz an solch, es hat so viel Urin in der Hose. Was, was neo, ursprünglich links und jetzt neo, nein, 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 nein. Der Begriff woke, der, also so wie ich den wahrgenommen habe, als jemand, der ja doch ganz gut im deutschsprachigen Sektor, was so Internetpolitik zu tun hat, informiert sein könnte. Ich habe woke immer wahrgenommen als, als ein Begriff, der klar zuortbar von, von rechts kam und der alles bezeichnet hat, was so LGBTQIA plus ist. Alles, was in Richtung Regenbogen geht, wurde als woke diskreditiert und, und dann wurde sich drüber lustig gemacht. Und dieser Begriff ist dann übergeschwappt. Erst ins konservative Lager und dann in die bürgerliche, ne, also so wie immer. Pulvertoast, Mann, vielen Dank. Nein, es kommt aus der Black Power Bewegung in den USA. Dort ist die Wurzel des Begriffs. Ich bin nass, ich bin wirklich, er macht mich 2024 halt komplett fertig. Willst du mir jetzt, willst du jetzt, dass ich den Gebrauch des Begriffs woke im deutschsprachigen Sektor mit der ursprünglichen Bedeutung aus Amerika nicht in der Black Power, sondern in der Black Community? Black Power ist keine Community. Die Community ist einfach die Black Community damals. Und die haben den Begriff woke etabliert für Menschen in den eigenen Reihen, die wachsam sind gegenüber rassistischer Diskriminierung in der Gesellschaft in den Südstaaten Amerikas. Willst du, dass ich das erkläre und dann damit so über die Ecke komme, warum Rob Bubble jetzt woke genannt wird oder was? Deswegen Neo-Woke. Löscht euch alle. Ja, okay, ich wollte es nur erwähnen. Du kriegst einen Fleißpunkt von mir, dass du irgendwo den Satz mal gehört hast und dann falsch wiedergegeben. Du kriegst von mir echt einen Fleißpunkt. Gut gemacht. 2024 sehr gut gestartet. Wäre auch fast richtig gewesen. Drei Minus. Ich könnte euch jetzt erzählen, dass woke seit den 30ern eigentlich dafür steht, dass man soziale Ungerechtigkeiten und Rassismus auf dem Schirm hat und sich dagegen einsetzt. Ich auch. Nee, du hältst bitte einfach nur gänzlich dein Maul. Das wisst ihr aber vielleicht schon. Und es ist auch völlig egal, weil das hier nicht das ist, was gemeint wird. Vogue ist inzwischen ein Vorwurf. Zum Beispiel für das vermeintlich überempfindliche Sehen von Ungerechtigkeiten, wo, so die Kritiker, eigentlich gar keine sind. Für Leute oder Firmen, die sich mit dem Aktivismus für Minderheiten schmücken, das aber eigentlich in Wirklichkeit nur machen, so der Vorwurf, um sich selbst dafür gut zu fühlen oder um gut dazustehen. Oder für das angeblich aggressive Aufdrücken einer moralischen Überheblichkeit. Für manche ist es auch einfach die Angst, dass jemand ihnen ihr Schnitzel wegnehmen will. Sie wollen uns die Schweinshaxe, die Bratwurst, das Schnitzel verbieten. Und ich kann euch sagen, ich lasse mir nicht meinen Schnitzel wegnehmen. Das wollen wir mal sehen. Also bei der richtigen Gelegenheit würde mir das auf jeden Fall gelingen. Alice Weidel. Niemand geht an meinen Schnitzel. Es ist also das Gefühl, dass etwas aufgezwungen oder weggenommen wird. Das Gefühl, dass Minderheiten, zum Beispiel Vegetarier, die Mehrheit, Menschen, die Fleisch essen, dominieren. Und einen mit ihren Problemen einfach nur noch nerven. Als VW einer seiner 30 Kantinen vegetarisch gemacht hat und es deswegen gar keine Currywurst mehr gab, hat das viele Leute sehr wütend gemacht. Vor allem, es gab halt fucking Currywurst. Die war halt nur nicht aus fucking Schweineteilen im eigenen Darm. So, keine Ahnung. Es gab ja, es gibt ja, es gibt ja Currywurst in vegan. Die schmeckt absolut sensationell. Currywurst ist so das Letzte, das mir einfallen würde. So, darauf will ich nicht verzichten. Ja, musst du auch nicht, Alter. Gibt Currywurst. Viele Leute, die nicht bei VW arbeiten und obwohl es in 29 anderen... Also das einzige tierische Lebensmittel, wo ich noch weniger verstehe, dass man sich drüber einscheißt, ist Joghurt. Also Joghurt ist wirklich so der... Joghurt ist so das Unnötigste. Joghurt und Mayonnaise sind so die beiden unnötigsten tierischen Produkte da draußen. For fucking real, Alter. Joghurt und Mayonnaise gibt es keinen Grund, warum das überhaupt noch tierisch angeboten wird. Geschmacklich gibt es da überhaupt keinen Unterschied. Also fucking gar keinen. Ich bin ja jetzt nicht auch jemand, der sagt, naja, also ganz ehrlich, das Seitan-Schnitzel, das schmeckt schon genauso wie ein Todes... Ne, es schmeckt nicht genauso wie ein Todesschwein. Ist auch gut so, dass es nicht so schmeckt wie ein Todesschwein. Aber bei Joghurt gibt es nun wirklich keinen Unterschied. Bei fucking Joghurt gibt es keinen Unterschied. Bei Mayonnaise gibt es keinen Unterschied. Da muss sich nun wirklich keiner einscheißen. Und dicht gefolgt davon, dicht gefolgt, kommt dann auch schon sowas wie Currywurst. So diese ganzen hochverarbeiteten Lebensmittel, so Würste und so oder Wurst fürs Brot, ne. Gib mir mal jemanden, der einen Unterschied bei Mortadella schmeckt, ne. Gib mir mal jemanden, der eine verfickte vegane Mortadella gegen eine Schweinemortadella ersetzt. Und dann sagt, ah, da kenne ich jetzt auf jeden Fall einen Unterschied. Ne, tust du nicht, Alter, ne. Und auch alles mit Panade. Ja, ey, ja, alles mit Panade. Oder bei Milch. Ne, bei Milch gibt es ja ganz klare Unterschiede. Also bei Milch gibt es ganz, willst du mal Unterschiede zwischen Milch erschmecken? Ich weiß nicht, wie lange du schon vegan lebst, aber wenn du mal, wenn du ein Jahr Hafermilch getrunken hast und dir jetzt mal einen halben Liter Kuhmilch reinzwirbeln würdest, dann würdest du danach nicht mehr sagen, dass es da keine Unterschiede gibt, ne. Da wird dir nämlich, da wird dir nämlich dieser, dieser, dieser faulige Geschmack mal so richtig schön die Kehle runterrennen, ey. Betriebsrestaurants weiter. Das ist so eine Sache, die ich persönlich beobachte. Die Aufregung basiert häufig nicht auf einer realen Einschränkung im echten Leben, die einen tatsächlich persönlich betrifft. Trotzdem sind Leute sehr wütend darüber. Auch beim Joghurt gibt es Unterschiede. Ist jetzt nicht, ist jetzt sicher nicht identisch vom Geschmack, aber einfach nicht exakt dasselbe erwarten und gut ist. Nein, halt einfach dein Maul, Alter. Und vor allem nimm das peinliche Germany aus deinem Twitch-Namen, du Vogel, ey. Bei Joghurt gibt es absolut keinen Unterschied. Bei fucking Joghurt, das ist eins zu eins. Es ist eins zu fucking eins. Es gibt keinen fucking Unterschied bei Joghurt. Wer sagt, es gibt einen Unterschied bei Joghurt, der möchte den auch irgendwie erschmecken. Und möchte sagen, ich bin natürlich auch 20 Jahre starker Raucher gewesen. Ich habe auch 20 Jahre stark geraucht, deswegen ist das auch noch was anderes mit Geschmack bei mir. Aber ey, for fucking real, Joghurt, fucking Joghurt. Weitere Sache, die mir oft in meiner Recherche begegnet ist, sind Voke-Filme. Außer der Billigjoghurt von Aldi aus Kokos, der ist widerlich. Ja, aber solche Sätze kann ich auch nicht ernst nehmen, weil du findest auch einen Kuhmilch-Joghurt, der widerlich ist. So, das ist ja, das ist ja dieses, 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 das wird, das, da wird ja auch nur, da werden ja pflanzliche Lebensmittel, werden ja an einem Maß gemessen, das absolut absurd ist. Die Leute finden ein veganes Produkt, das ekelhaft ist und sagen, nee, also vegan geht gar nicht, ich hab dieses eine, eine Joghurt aus Kokos aus dem Aldi. So, ja, natürlich, es gibt aber auch fucking Kuhmilch-Joghurt, der fucking widerlich ist. Wir leben im Kapitalismus, es gibt 240.000 verschiedene, unterschiedliche Kokos-Joghurts. Einer davon ist gut, der andere davon ist dann nicht so gut und dann gibt's auch richtig Beschissene. Das gibt's aber überall, ne? Dieser, dieser, dieses enorme Podest, an dem tierische Lebensmittel gehalten werden, ne? Hä, what the fuck? Ich hab einige Joghurts probiert, habe keinen gefunden, der Säure und ne gute Konsistenz mitbringt. Kleiner Geheimtipp für dich. Alpro ist ne, ist ne Marke, die ist, die ist ne, ne ziemliche, ne ziemliche Marke, die sehr unbeliebt und unbekannt ist. Säure und Konsistenz ist nicht die gleiche. Mein lieber Scholli, ey. Frauen in bekannten Film-Franchises plötzlich Hauptrollen spielen. Oder wenn alte, bekannte Charaktere in Klassikern anders besetzt werden als im Original, dann nervt das manche Leute. Denn das ist Vogue. In meiner Wahrnehmung geht's da eigentlich immer um die gleiche Handvoll Beispiele. Rey in Star Wars, der weibliche Ghostbusters-Film, die neue Ariel, die neue Robin Hood, Cleopatra oder jetzt das neue Schneewittchen und die sieben Zwerge. Es gibt sicherlich noch mehr, aber manche dieser viel zitierten Beispiele hätte ohne Aufreger vermutlich niemand auf dem Schirm. Robin Hood ist eine kleine, irrelevante kanadische Serie. Da geht's um ne Rapperin, die es mit ein paar Immobilienhaien aufnimmt. Cleopatra ist ne Doku, die vermutlich die Mehrheit sonst auch nicht geguckt hätte. Warum ist das Thema dann für viele so groß und so wichtig? David Hain hat sich vor einem Jahr schon mal angeguckt, ob Netflix Vogue ist und da hat er das hier gesagt. Netflix ist vollkommen egal, wen sie ansprechen. Hauptsache sie sprechen jemanden an. Sie produzieren auf Masse für die Masse. Und dabei sind und diverse Inhalte und diverse Inhalte, weil sie alle Zielgruppen ansprechen wollen. Deswegen kann ich so Kommentare überhaupt nicht verstehen, die ich im Internet zahlreich gelesen habe. Leute, die behaupten, dass... Ich verstehe es nicht, weil die Leute einfach auf krasse Ficker machen und dann so tun, als würden sie gezwungen werden, das zu gucken. Also das ist ja wirklich so. Ich bin jetzt nur auch nicht so der Größte. Ich gucke jetzt... Also die Dinge, die ich so konsumiere in Sachen Netflix und Disney, das sind jetzt nicht die diversesten Sachen auf diesem Planeten. I enjoy my John Wick. Und ich freue mich immer über Repräsentationen von Marginalisierten in Popkultur, aber ich muss das jetzt auch nicht in jedem Film auf Krampf irgendwie immer da haben. Und soll ich euch was sagen? Ich hab's auch nicht in jedem Film auf Krampf immer und überall da. Es ist natürlich möglich, dass es Leute gibt, die Walking Dead gucken und sich denken, ach du Scheiße, die sind ja lesbisch. Das gibt's doch nicht mit diesen Woken. Das kann natürlich sein. Aber da kann es sein, dass ich in meinem Kopf auch ein bisschen anders bin und mir bei einem lesbischen Pärchen in Walking Dead jetzt erstmal nicht viel denke, außer dass es halt ein verficktes lesbisches Pärchen ist. Aber ich nehme das jetzt nicht so enorm wahr, dass überall eine politische Agenda ist, die einem aufgeprügelt wird. So die Leute stellen sich bei dieser Resident Evil-Geschichte hin und scheißen sich ein, weil eine der hauptdarstellerischen Kinder irgendwie vegan lebt und sagen, das hat überhaupt gar nichts mit dem Film zu tun, warum muss denn da eine Agenda geprügelt werden? Ich denke mir so, natürlich hat das was mit dem Film zu tun. So, die ist vegan, das ist eine Tierschützerin und deswegen bricht die in das Tierlabor ein, wo Versuche an Tieren gemacht werden und deswegen bricht der Virus aus. Also du hast sogar eine inhaltliche Brücke zu dem Vegan-Sein und dem Tierschutz der Hauptdarstellerin, die absolut logisch und sinnergebend ist und wo es nicht darum geht, dass irgendeine Agenda aufgeprügelt wird. Und selbst wenn, was ist denn das? Regen wir uns auf, wenn es die richtige Agenda ist, aber wenn es die falsche Agenda ist, ist es in Ordnung oder was? Habt ihr euch schon mal einen Film über den Vietnamkrieg angeschaut? So, da wird auch eine Agenda reingeprügelt. So, der gesamte, der gesamte kalte Krieg, da war Popkultur nichts anderes als Agenda aufprügeln. Hat sich aber keiner, hat sich aber keiner drüber aufgeregt irgendwie. Natürlich ist es auffälliger, wenn Figuren der eigenen Kindheit wie Schneewittchen oder Ariel plötzlich anders aussehen. Aber kann es sein, dass es vielleicht noch andere Gründe gibt, warum es mehr auffällt? Kapitel 3. Vogue ist überall. Unter meinem Video zum Hass auf Transpersonen haben viele Kritiker geschrieben, der Hass ist nur eine Gegenreaktion von uns, weil uns das Vogue so nervt. Der Hass kommt von den Transpersonen, Regenbogenflaggen und dem ganzen anderen Scheiß, der einem unter die Nase gehalten wird. Und LGBTQIA plus wird mit durchgehend auf jeder Plattform ins Gesicht gedrückt. Ich habe ein Problem damit gefühlt, jeden Tag mit Trans, Gendern, Vogue, Vegan, Klima und so weiter in den Medien zugeballert zu werden. Ich bin fucking Vogue und ich werde da nicht jeden Tag mit zugeballert. Was führen diese Leute für ein Leben, Alter? Was führen diese Leute für ein Leben? Man kennt es. Man wird recht extrem, weil man ein veganes Rezept auf Instagram angezeigt bekommen hat. Diese Kommentare sind unter einem Video, in dem Transpersonen auf dem Thumbnail steht. Die Leute haben ein Video zu diesem Thema angeklickt und sich dann beschwert, dass sie mit dem Thema bombardiert werden. Es gibt aber auch zu der Verteidigung der Leute, es gibt auch nur jeden Tag mal so ein YouTube-Video, das man gucken kann. Also da muss man schon sagen, das ist, also ich finde es auch einer der, wenn in dem Video selbst schon von dem Problem von Transpersonen gesprochen wird, auf dem Thumbnail und im Titel und ich dann da draufklicke und mich darüber beschwere, dass es um Transmenschen geht, das ist schon selten blöd. Also da muss man schon wirklich, das ist schon wirklich fucking selten blöd. Ist ein Rabbit Hole, wenn man eine Weile nach Woke in Filmen sucht, findet man überall Kanäle, die das irgendwie einem zeigen wollen. Du spinnst doch, Alter. Das ist kein Rabbit Hole, das nennt sich Algorithmus, du dämlicher Idiot, weil die Firmen halt dazu angehalten sind, dir das zu geben, was du möchtest. Und wenn du dir die ganze Zeit Trans-Videos anguckst, dann denkt die Plattform, Mensch, der bleibt wohl länger auf meiner Plattform, wenn ich dem Trans-Inhalte gebe. Das ist kein verficktes Rabbit Hole, das nennt sich Algorithmus und das nutzen die Firmen, um Profit zu optimieren. Ich gucke den ganzen Tag Videos von Themen, die mich nerven und jetzt kriege ich die ganze Zeit Videos mit Themen, die mich nerven, vorgeschlagen. Dieses verdammte Rabbit Hole. Nee, ist kein Rabbit Hole, du Vollidiot. Was ist denn los mit euch? Ist ins Gehirn geschissen oder was? Wie kriegt ihr eigentlich euren Schwanz so tief hoch, dass ihr euch das eigene Gehirn ficken könnt mit solchen Sätzen? Und warum mich das aber zusätzlich verwundert hat, ist, dass meine Wahl... Den ganzen Tag werde ich bombardiert mit Trans-Inhalten und ich will das überhaupt gar nicht, klicke aber trotzdem auf jedes Video, das mir vorgeschlagen wird. Und deswegen werden mir mehr Videos vorgeschlagen und jetzt scheiße ich mich deswegen im Internet ein. Aber wir sind die harten Männer, das sind die harten Männer. Die harten Männer, denen die Männlichkeit geraubt wird. Scheißen sich einen wegen Regenbogenflaggen da draußen. Im Kinderzimmer. Die harte, die harte Herrenrasse. Ja, naja, vollkommen klar. Wahrnehmung. Eine ganz andere ist. Also wirklich das genaue Gegenteil davon. Und das sieht man ja auch in dem Video, unter dem diese Kommentare standen. Ich sehe viel mehr Posts, die sich überwachsen... Die ja auch ein schönes 2024. ...rechte Strömungen Sorgen machen. Und das hat in mir einen Gedanken geweckt und dafür würde ich gerne mit euch jetzt ein kurzes Experiment machen. Denkt mal an eine Story, die euch zu Vogue war, falls ihr eine habt. Ist euch die begegnet, weil jemand positiv darüber berichtet hat oder weil jemand sich darüber aufgeregt hat? Ich kriege legit der... Ich kriege das alles nur mit, ne? Ich weiß nur, dass Ariel schwarz ist, weil sich am ständigen, am ständigen laufenden Band darüber eingeschissen wird. Wir kriegen wirklich... Ich hab... Es wäre ja schön. Es wäre ja schön, wenn ich mitbekommen hätte, dass Ariel jetzt von einer schwarzen Schauspielerin gespielt wird. Weil ich dieses herzerwärmende Video gesehen habe von den Kindern, von den Kids of Color, die sich darüber freuen, dass sie mit Ariel jetzt ebenfalls eine schwarze haben, die sie repräsentiert. Wenn ich so davon mitbekommen hätte, das wäre herzerwärmend schön gewesen. Aber das kam irgendwann danach. Das kam weit danach. Das erste, was ich davon mitbekommen habe, waren irgendwelche Boomer, die sich darüber eingeschissen haben. Das ist am laufenden Band so. Du hast die Herrenrasse, die sich einscheißt, weil alles bunt wird. Und so kriege ich davon überhaupt erst mit. Als ob ich das jemals geguckt hätte. Als ob ich jemals eine verfickte Reportage über Cleopatra geguckt hätte. Das ist eine Frau, das interessiert mich gar nicht. Aber jetzt mal for real. Als ob ich einen Ariel-Film gucken würde. Ich gucke keine Ariel-Filme. Ich gucke keine Filme von Ariel. Ariel, die Meerjungfrau, ist jetzt kein Film, den ich mir reinziehen würde. Wieso? Ich würde gar nicht mitbekommen, dass die... Das ist mir auch scheißegal. Eine Theorie, die meisten Beispiele, die Leute haben, wo ihnen etwas zu Vogue war, die sind ihnen begegnet, weil andere sich vorher schon darüber aufgeregt haben. Ja, die gucken sich... Die sind irgendwie Fans von so opportunistisch-reaktiven Kanälen, die sich den ganzen Tag über Vogue-Inhalte einscheißen. Und dann denken die, dass alles Vogue ist. So ist es ja auch kein Wunder. Wenn du irgendwie Fan bist von einem YouTuber, der sich am laufenden Band nur wegen Voken-Funk-Reportagen aufregst, dann denkst du natürlich, dass jede Funk-Reportage Vogue ist. Das ist doch klar. Also, so funktioniert das nun mal. Nehmen wir zum Beispiel mal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der ist ja angeblich Vogue. Kritisiert wurde da zum Beispiel zuletzt... Hab Ariel nur wegen der Aufregung geschaut und mir wäre die Hautfarbe ohne die Diskussion gar nicht aufgefallen. Bist du blind oder was? Oder ist das so ein ganz weirder I-See-No-Color-Take? Mir fällt das schon auf, wenn Schwarze zu sehen sind, ne? Ich bin 35, meine Augen sind ziemlich schlecht, aber mir fällt schon auf, dass jemand weiß ist. Und dann fällt mir auch auf, dass Leute nicht weiß sind. Das sehe ich schon. Aber mir ist das scheiße... Ich freue mich eher, wenn Schwarze ein bisschen mehr Plattform geboten bekommen, ne? Die Antifeminismus-Reportage vom Y-Kollektiv. Die hat 455.000 Views. Die Kritik von den Spacefox daran hat aber über 600.000. Die von Saschka auch, die von diversen anderen Kritikern nochmal ein Vielfaches davon. Anderes Beispiel. Eine Puls-Reportage über Rassismus. 643.000 Views. Die Kritik von den Spacefox daran hat fast eine Million. Eine andere hat sogar 1,4 Millionen. Wir können also davon ausgehen, dass... Gut. Ich hab gestern auch gehört, Jay Riddle hat irgendwie gesagt, Ja, das liegt aber daran, weil die Kanäle natürlich mehr Abonnenten haben, als die ursprünglichen Kanäle, auf denen die Reportagen ausgestrahlt worden sind. Aber genau das ist ja der Punkt. Das ist ja kein Gegenargument. Genau das ist der Punkt. Wenn euch das wirklich aufregt, so, dann guckt's doch einfach nicht. Die Leute kriegen das nur mit, weil sich darüber eingeschissen wird. So, und da spreche ich jetzt nicht über die Fälle, wo man das irgendwie kritisiert. Also, wenn es denn Kanäle gäben würde, die es übrigens, kleiner Spoiler, nicht gibt, die sich wirklich differenziert mit Medienkritik beschäftigen. Die sagen, okay, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist falsch, das ist schlecht, das ist falsch. Und dann geht irgendwann auch mal so eine woke Funk-Reportage unter diesen Kritikvideos mit unter, weil die ja auch nicht immer hundertprozentig cool sind, sondern auch viele beschissene Dinge drin haben, ne? Dann wär's ja in Ordnung. Aber wir sprechen ja vornehmlich über Kanäle, die sich am laufenden Band eben nur wegen diesen woken Sachen einscheißen. Die machen ja jetzt keine differenzierte Kritik der Medienlandschaft gegenüber. Die kritisieren ja keine rechten, konservativen, reaktionären oder konservativen Geschichten. Guck es doch einfach nicht, ist doch gleich wie wegsehen, ist doch auch scheiße und sollte man nicht machen. Stimmt, es ist sehr viel sinnvoller, wenn man sieht, dass Ariel schwarz ist, dass man sich darüber einscheißt in einem 90-Minuten-Video. Das ist sehr viel, sehr viel besser. Danke für deine... Ohne deinen Take wäre ich gänzlich verloren gewesen, ja. Kleiner Spoiler, wenn du siehst, wie irgendjemand auf der Straße verdroschen wirst und du dann wegschaust, dann ist das nicht das gleiche Wegschauen, wie wenn du dir einfach einen Film über Ariel, die Mehrungfrau, nicht anschaust, ja? Aber trotzdem, danke für deine Meinung. Viele Menschen erst mit diesen woken Inhalten konfrontiert wurden, weil sie kritisiert wurden. Und nicht, weil sie von ganz vielen woken Leuten krass gefeiert wurden und sie so viral in deinen Feed gespült wurden. Ähnlich wie Robin Hood oder Kleopatra. Und für mich geht das noch einen Schritt weiter. Apfel, Birne, sorry, ist überhaupt kein Problem. Wenn du realisiert hast, dass das bescheuert ist und noch ein bisschen betrunken bist von gestern, dann ist dir das vergeben und verziehen. Die rote Sonne ist ein gütiger Kaiser. Die Wahrnehmung könnte zusätzlich dadurch verzerrt sein, dass solche Videos ja nur dann produziert werden, wenn es auch was zum Aufregen gibt. Alles andere wäre zugegebenermaßen auch langweilig. Die Wahrnehmung ist also bei vielen, dauernd machen die nur woken Inhalte und mir... Ja, die jagen Gespenster. Die jagen Gespenster. Das hat Neid angesagt. Die jagen Gespenster. Die suchen den ganzen Tag nach irgendwelchen Dingen, die in ihrer Welt als problematisch und überrepräsentiert gelten und dann beschäftigen die sich ihren kompletten Tagesablauf damit. Und dann ist ja klar, dass in deren Lebensrealität plötzlich alles irgendwie woken und bunt und Regenbogen ist. In der Realität ist das nicht so. Schaut euch mal öffentlich-rechtliche Beiträge an. Im Fernsehen. Da, wo das meiste Geld reingepumpt wird. Wie viel davon ist denn vogue? Wie viele Markus-Lanz-Sendungen beschäftigen sich denn mit Transrechten? Wie viele Dieter nur Comedy... Okay, Dieter nur, schlechtes Beispiel, der beschäftigt sich tatsächlich damit. Wenn auch sehr undifferenziert und dämlich. Aber Weisberger. Hart aber fair. Wie oft geht es da um vogue Themen? Ich kann es euch sogar relativ genau sagen. Nicht eine einzige Markus-Lanz-Sendung hat sich jemals mit Transrechten beschäftigt. Noch nie. Funk? Das ist ja das Witzige, ne? Bei Funk sagen die Leute, dass Funk ja dieser überaus woke, megakrasse Internet-öffentlich-rechtliche Sender wäre. Wo die ganze Zeit nur irgendwelche Schwulen- und Trans-Themen gepusht werden. Weißt du, wie viele das wirklich ausmacht? Vom Funk-Content? So viel. Ja, Funk ist im Ganzen gesehen prozentual, natürlich progressiver als das Öffentlich-Rechtliche im Fernsehen. Das liegt aber auch daran, weil das Öffentlich-Rechtliche im Fernsehen 0% progressiv ist. Also 0. Hier geht es da gerade gar nicht darum zu diskutieren, ob jetzt diese Kritik gerechtfertigt ist oder nicht. Sondern es geht nur darum zu hinterfragen. Und das ist ja auch richtig, dass da mit Sicherheit auch Kritik zu finden ist. Man kann das ja mit Sicherheit kritisieren. Da wird ja mit Sicherheit sehr viel Unsinn gemacht. So, das sagt ja auch niemand. Aber ich weiß nicht, ob das dann die Aufgabe von mir ist, das irgendwie zu meinem Lebensinhalt zu machen, die ganze Zeit auf irgendwelchen schlimmen, queeren Reportagen rumzuhacken. Nö, aber es wird hervorgehoben und es sind die großen Kanäle. Das Problem ist ja nicht Vogue, sondern das völlig übertriebene Aladara oder Naitan. Was? Naitan ist fucking null Vogue, Alter. Der ist null fucking Vogue. Weil der eine Regenbogenflagge im Hintergrund hängen hat oder was? Bin ich Vogue, weil ich hier eine Regenbogenflagge am Stuhl habe oder wie? Guck mal, das mit Repräsentation ist relativ einfach. Ich bin fucking links, ideologisch geschlossen. Und ich finde es beschissen, wenn Menschengruppen aufgrund von Eigenschaften weniger Rechte haben als ich. Das ist gänzlich beschissen. Ich bin für vollständige Gleichstellung aller Menschen auf diesem Planeten. Du bist ein Mensch, da bist du genauso viel wert wie ich. So, bedauerlicherweise ist es aber so, dass ich als weißer Mann, der heterosexuell ist, sehr viel mehr Rechte zugesprochen bekomme auf diesem Planeten als andere Menschen. Und solange das so ist, brauchen diese Menschen, die weniger Rechte haben als ich, Repräsentation. Und dann ist es auch meine Aufgabe als Privilegierter, dass ich denen einen Teil meiner Aufmerksamkeit schenke und sage, Scheiße, was euch angetan wird und ich kämpfe mit euch dafür, dass ihr die gleichen Rechte bekommt wie ich. Das nennt sich, deswegen haben Leute wie Nathan oder Dara eine Regenbogenflagge im Hintergrund. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie übertrieben übermäßig woke sind. Ich habe auch schon hunderttausendmal die Frage gestellt, was die Leute damit meinen. Und ich frage das auch dich. Was meinst du denn damit, dass sie übertrieben woke sind? Ist Nathan übertrieben woke, weil er es scheiße findet, wenn sich über eine Neo-Vagina lustig gemacht wird oder was? Ist es übertrieben woke, wenn Nathan sich hinstellt und sagt, ey, ist vielleicht ein ziemlicher Scheiß-Move, wenn du dich über Personen lustig machst, die sowieso gesellschaftlich diskriminiert werden und auf die die ganze Zeit eingeprügelt wird? Ist das übertrieben woke oder ist es übertrieben kindisch und bescheuert, wenn man sein Geld damit verdient, sich über diese Leute lustig zu machen? Sollten wir den Spieß nicht einfach umdrehen und sagen, es gibt kein übertrieben woke, es gibt übertrieben kindische Wichser, die ihr Geld damit verdienen, sich über Minderheiten lustig zu machen. Aus ihren Privilegien hervor. Und das Schlimme ist, dass die sich ja sogar selber rechtfertigen dafür, indem sie dann andere Marginalisierte vorschieben. Und sowas sagen wie, in dem Gespräch mit Nathan ist das passiert. Da wurde gesagt, nee, ich mache mich ja nur über die Woken lustig, weil zu wenig über arme Menschen gesprochen wird. Hallo, Intersektionalismus, du kleine hohle Birne. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wir im Kapitalismus leben? Weißt du eigentlich, dass im Kapitalismus mehrfach Diskriminierung vorkommt? Dass intersektionale Diskriminierung ein Thema ist? Dass Menschen, die auf der einen Seite diskriminiert werden, wahrscheinlich auch wirtschaftlich benachteiligt sind? Und surprise, surprise, it's the case. Queere Menschen sind jetzt nicht im Schnitt ultrareich. Die sitzen jetzt nicht in den Oberpositionen der fucking Konzerne da draußen und bestimmen, wie dieser Planet funktioniert. Das ist halt komplett bescheuert, das schließt sich mir nicht. Halt doch einfach dein Maul, kümmere dich doch um die wichtigen Themen, wenn du sie siehst. Aber nee, anstatt sich um die wichtigen Themen zu kümmern, wird auf Woken rumgeprügelt. Verstehe ich nicht. Und ich kriege auch keine Antworten. Was heißt denn übertrieben Woke? Kommt auch wieder keine Antworten, ist aber auch egal. Ich rechne ja nicht mit Inhalten hier. Immer noch Twitch. Entschuldigung. Ob sie zu einer verzerrten Wahrnehmung beitragen könnte. Ich habe eine Praktikantin mal tracken lassen, wie viele Inhalte Funk über seine Kanäle in zwei Monaten so veröffentlicht. Praktiker bei uns machen immer super Spaß. Und es waren weit über 1000. Selbst wenn man nur die YouTube-Videos nimmt, sind es immer noch über 300. Und ich sage euch, zu 99% davon hat noch nie irgendein Meinungsblogger irgendwas gebracht. Und ich glaube, das gilt tatsächlich für jede Art von Berichterstattung. Unter meinem Trans-Video wurden immer wieder Beispiele genannt, wie Trans-Frauen den Sport dominieren. Und ich würde jetzt einfach mal die Theorie in den Raum stellen, dass kein einziges Beispiel, das da genannt wurde, den Leuten zum ersten Mal begegnet ist, weil jemand auf Twitter eine News dazu gepostet hat. Okay, kurz Inhalt, kurz inhaltliche Ohrfeigen für alle Idioten, die jetzt hier sitzen und sich denken, ja, da haben sie aber auch recht mit. Guckt mal, ist ganz einfach. Konservative Rechte-Vollidioten stellen sich hin und versuchen das Bild zu malen von Trans-Menschen, die nur deshalb Trans sind, weil sie im Sport dominieren wollen. Surprise, surprise. Die Anzahl der SportlerInnen unter Trans-Menschen ist ziemlich gering. Die Anzahl der ProfisportlerInnen unter den SportlerInnen ist noch sehr viel geringer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Mensch sich entscheidet, diese gesellschaftliche Diskriminierung zu durchleben und diesen Prozess zu durchleben, um dann eine verfickte Goldmedaille zu gewinnen, das ist so fucking absurd. Und selbst wenn das mal passieren würde, haben wir Verbände, die sowas herausfinden können und dann reaktiv entscheiden können, die dann in solchen Einzelfällen entscheiden können. Das ist aber noch lange kein Grund, irgendwie Trans-Menschen irgendwie in der Gesamtheit die Rechte abzusprechen, weil man im Kopf irgendwie dieses merkwürdige Szenario hat von diesem einen Menschen, der dann nur Trans ist, um Goldmedaillen zu gewinnen. Das ist so absurd und bescheuert. Ich muss immer so ein bisschen, wenn ich aufstehe und den Platz hier verlasse, dann sehe ich immer meine Hunde und dann habe ich wieder gute Laune. Aber ich brauche ja schlechte Laune. Ich brauche ja schlechte Laune. Kann irgendeiner was Dummes schreiben, dass ich wieder schlechte Laune kriege? Fick dich, du Hurensohn. Da kriege ich doch keine schlechte Laune, wenn ich sowas lese. Sui! Mit wie geil, you go girl! Sondern weil sich jemand irgendwo drüber aufgeregt hat. Kapitel 4, Social Media regt uns auf. Wenn Leute schreiben, sie werden dauernd mit woken Inhalten bombardiert, die sie aber ja nerven. Dann müsste das eigentlich heißen, Empfehlungsalgorithmen haben versagt. Und die Theorie von Rabbit-Holes und Filter-Bubbles wäre hinfällig. Also die Theorie, dass Social Media Algorithmen uns immer mehr von dem anzeigen, was unserer Meinung ist. Dein Wirtschaftsstudium ist nichts wert für schlechte Laune. Aber das ist doch keine schlechte, das ist doch einfach nur Wahrheit. Mein Wirtschaftsstudium ist überhaupt nichts wert. Das hat fucking gar keinen Wert. Erstens hätte ich niemals ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen, wenn ich nicht das unglaubliche Privileg gehabt hätte, mit dem Vater aufgewachsen zu sein, der mir meinen Rücken hält. Und zwar bis ich fucking Mitte 20 gewesen bin. Ariel ist weiß, das war was Dummes. Und zweitens ist das wie bei jedem anderen Studium. Erstens habe ich wirklich nur Wirtschaftsstudium studiert, weil legit alle anderen Fakultäten mich abgelehnt haben. Und weil ich einen Studiengang haben wollte, wo man nichts machen muss. Und das ist nun mal BWL, da musst du halt nichts machen. Und den Abschluss kriegst du irgendwann geschenkt. Natürlich hat das keinen Wert. Hat gar keinen Wert. ...entspricht. Tatsächlich ist es meiner Meinung nach aber eher so. Wenn man sich aufregt, dann erzeugt das oft Engagement. Mehr vermutlich als jedes andere Gefühl. Und dann spielen Algorithmen mehr davon aus. Was gemein als Filterblasen beschrieben wird, ist also vielleicht gar nicht zwingend, ich finde Vokey-Inhalte blöd, deswegen sehe ich jetzt weniger davon, sondern eher, ich finde Vokey-Inhalte blöd, deswegen sehe ich jetzt lauter Posts darüber, die mich wütender machen. Sich über vermeintlich Vokey-Inhalte aufzureden, wird deswegen auch für Influencer immer interessanter. Weil es gut geht. Ja, aber deswegen müssen wir auch die Dynamik im Internet verstehen, wenn es darum geht, wie mit solchen Menschen umzugehen ist. Oder wie man mit so Anti-Vokeness umgeht. So, der bisherige Gang ist nämlich, dass wir versuchen, diese Leute, die ja sowieso nicht an Inhalten interessiert sind, mit Inhalten zu begegnen. Wir stellen uns hin und wir führen dann inhaltliche Debatten darüber, ob jetzt eine Neo-Vagina eine Daseinsberechtigung hat oder nicht. So, hä? Dieses Gespräch würde absolut niemand führen, der an Inhalten interessiert sind. Ist absolut niemand. Genauso wie das fucking stupid Gespräch über die Anzahl der Geschlechter. So, das ist, als ob das irgendjemanden interessieren würde. Das ist einfach nur ein Aufhänger. So, und dann sagt die eine Seite, Es gibt aber biologisch nur zwei Geschlechter. Und die andere Seite kommt dann irgendwie mit 100.000 Studien, die eben Geschlechter als Spektrum erklären, was ja tatsächlich evident ist. Und dann kommen die auch noch mit solchen schwer zu verstehenden Konstrukten wie dem sozialen Geschlecht. Und dann mit Inhalten und mit Ruhe und mit einer Stunde. Und was ist die Antwort darauf? Die Person stellt sich hin und macht sich darüber lustig, dass sie ja so ruhig erklärt und so Inhalte bringt, die man nicht versteht. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, da im Internet mit Inhalten zu begegnen, zu kommen, ist ja kompletter Quatsch. Sui! Das ist ja kompletter Quatsch. Wenn sich irgendeiner hinstellt und sagt, biologisch gibt's nur zwei Geschlechter, ich höre auf Experten. Und hat Elektrotechnik irgendwie mal eine Ausbildung gemacht und schraubt an Kopfhörern rum, Junge. Wer sollte denn sowas ernst nehmen, Alter? Wer sollte denn sowas inhaltlich ernst nehmen? Gute Klicks bringt und inzwischen sogar Geld. Während früher Influencer eher unpolitisch waren, aus Angst, dass sie dann für Sponsoren uninteressant werden, läuft heute in Videos über diesen Kulturkampf Werbung. Kennen Sie das? Alles ist Ihnen zu Vogue? Da hab ich was Besseres. Die Vogue! Die gibt's nämlich bei Reedy. Da kriegst du unbegrenzten... Wen könnte Karl damit gemeint haben? Der mit seinem Versöhnungsvideo? Ja, ich wurde übrigens nicht angefragt, ob ich da auch ein Video bei Sinan machen möchte. Ich hätte ihn echt beleidigt und auch alle anderen, weil ich hätte eine ganz gute Idee gehabt, wer da sonst noch so ist und ich hätte die einfach beleidigt. Also das war ja wirklich... Also das ist ja wirklich eine Trottelparade, die da aufgelaufen ist. Mein lieber Scholli. Mein lieber Herr Gesangsverein. ...Zugang zu über 7000 Magazinen und Zeitungen auf dem Handy, auf dem Tablet und auf dem Desktop. Babas Video wurde ja nicht genommen. Der hat ja eins gemacht. Fucking großartig war das, was Baba Bartonek gemacht hat. Der wurde ja... Also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Sinan wollte irgendwie so ein... Ich weiß nicht ganz genau, was das werden sollte, aber es war irgendwie... Es war irgendwas mit versöhnlicher Jahresabschluss und alle Influencer aller politischen Lager sollen eine Nachricht hinterlassen oder so. Und dann wurden auch alle kontaktiert, außer ich, ich nicht, weil es ist immer noch schwer getroffen davon, dass ich ihn Schimmel und einen Hurensohn genannt habe. Da kommt der harte männliche Ficker nicht mit zurecht. Da kommt er nicht mit zurecht, dass er einen Hurensohn genannt worden ist. Da scheißt er sich immer noch ein. Da wird auch die nächste Generation sich noch drüber einscheißen. Wie kannst du das nur machen? Die Welt verweichlicht und du nennst mich einfach einen Schimmel. Bartonek. Laut Video wurdest du kontaktiert. Ich wurde nicht kontaktiert. Ich habe absolut... Ich habe keine Nachricht irgendwo erhalten. Kann sein, dass ich die irgendwo erhalten habe und nicht gelesen habe. Sehr gut möglich. Aber ich wurde meines Wissens noch nicht kontaktiert. Wo ist denn dieses Video? Hier. Hey Sinan. Das ist Babers Wampe. Total gut zusammengefasst in einem enormen Körper. Ja, Herrinnen und Herren, da schaut's ihr. Der Sinan hat mich gebeten, etwas Versöhnliches zu euch zu sprechen, weil Jahresende, wir starten in ein neues Jahr, da kann man doch gut zusammenkommen. Ihr wisst ja, ich bin ein sehr kluger Mensch und ich mache mir so meine Gedanken, wie kann man denn so zusammenkommen als Menschheit. Und ich habe einen Entschluss gefasst. Ich weiß, viele von euch, die da zuschauen, sind böse auf mich, fühlen sich provoziert von mir und finden, ich bin ein ganz ein schlimmer, schlimmer, schlimmer Witzbold. Und deshalb folgender Entschluss von meiner Seite. Ich werde dem Anti-Woken-Lager beitreten. Und als Zeichen meines guten Willens werde ich jetzt ein Fan von Schuyoka und Nemesis 316 vergewaltigen. Für die Freiheit. Nein, andersrum meine ich. Als Zeichen meines guten Willens werde ich Nemesis 316 vergewaltigen und einen Fan von Schuyoka für die Freiheit. Schon wieder verkehrt. Andersrum. Als Zeichen meines guten Willens werde ich die Freiheit vergewaltigen und ein Fan von Nemesis 316 für Hogwarts Legacy Teil 2. Wir müssen zusammenfinden. Was kümmern uns die großen Probleme, wenn wir auf die kleinen Woken losgehen können? Pro Siegma, ja! Das Video hat es leider nicht in den Jahresrückblick geschafft. Also das war, das wurde nicht mit reingeschnitten. Weiß ich nicht warum. War dann doch nicht so versöhnlich. War irgendwie in meiner Welt war es voll versöhnlich. Keine Ahnung, warum das da nicht mit reingeschnitten worden ist. Und das spart eine Menge Platz. Und Papier. Hey, warte mal, das Klima zu schützen, das klingt mir aber verdächtig, Vogue. Äh, ja, sorry. Du willst es den Klimaklimmern so richtig zeigen? Dann liest doch die Fire & Food oder vielleicht das Fliegermagazin, Motorboot, den Rob Report, das Magazin der Superreichen. Wow, Readley hat ja wirklich alles. Die GameStar, Fotostop für Einsteiger, die Bravo. Es gibt auch Spektrum oder Psychologie heute. Moment, die Bravo gibt es noch? Heimmagazin oder Focus Money? Was sehe ich denn da? Da gibt es auch das Grow Magazin. Ne, das ist mir zu Vogue. Äh, zum Glück lässt sich Readley monatlich kündigen. Außerdem kriegst du den ersten Monat für nur 99 Cent. Karl, mach doch jetzt. Ey, sieh doch nur Hurensohn. Hör auf dich ein zu scheißen, wenn man nicht beleidigt, du Vogelalter. Das wäre mein, das wäre wahrscheinlich mein Abschluss gewesen fürs Jahr. Und das wäre natürlich auch wieder genug Material gewesen, um sich die nächsten vier Monate die Hosen voll zu machen. ne? Ei, ei, ei. Dieser Hassprediger schon wieder. ...unter readley.com slash bubble. Okay, dann probiere ich das mal aus. Das ist ja wirklich extrem fair. Vor allem, weil man auch Archivausgaben lesen kann. Das ist, das ist mega. Und gar nicht Vogue. Alte Sachen sind nicht Vogue. Kapitel 5 Wir lieben Trolle. Im August gab es eine Diskussion darüber, ob Gronkh rechts ist. Ist er natürlich nicht. Und Diskussion ist auch das völlig falsche Wort dafür. Ich nenne das lieber Ragefarming. Ja, jemand hat das tatsächlich geschrieben. Das war ein Mod in einem Twitch-Chat. Du musst dir vorstellen, dass da Artikel drüber geschrieben worden sind. Da sind Artikel drüber geschrieben worden. Was eine Moderatorin in einem Stream mit 300 Average-Zuschauern geschrieben hat. Von einem Streamer mit weniger als 8000 Followern. Durchschnittlich gucken dem wenige hundert Leute zu. Direkt wurde das gescreenshottet und auf Twitter weitlaufend kritisiert. Heißt schon direkt von Anfang an war die Gruppe an Leuten, die das zu Recht für absoluten Bullshit halten. Um ein vielfaches größer. Am Ende war Gronkh in den deutschen Twitter-Trends. Und es gibt Dutzende Tweets und Artikel dazu, die sich alle um einen einzigen dummen Schwere Vorwürfe Dutzende Tweets und Artikel Kannst du dir nicht ausdenken? Twitch-Moderatorin betitelt Gronkh als rechts. Artikel dazu Gronkh wird von Zuschauern als rechts betitelt. Die sich alle Gronkh wird als rechts abgestempelt. Armbinde in den Ach, du Scheiße. Schwere Vorwürfe gegen YouTuber Gronkh ersetzt ein Zeichen. Einen einzigen Twitch-Skandal Ist Gronkh rechtsartikal? Das ist ja ein herrlicher Einschiss, ey. Da wird sich ja zünftig die Hose vollgemacht, ey. Und überleg mal, das sind halt auch die Leute, die sagen, dass die Voken zu übersensibel sind, ne? Diese ganzen sensiblen Voken da draußen, die überhaupt alles viel zu ernst nehmen. Die nehmen alles. Das Leben ist nicht so ernst und so schlimm, wie die Voken das denken. Das sind die gleichen Leute, die dann sowas schreiben wie Twitch-Skandal. Ist Gronkh rechtsartikal? Er ist brutal rechtsradikal. Gronkh ist der, wenn ich an rechtsextremistische Gefahr in Deutschland denke, dann denke ich in allererster Linie an fucking Minecraft Let's Plays, ey. Das musst du dir mal ausdenken, ey. Was für fucking Snowflakes, ey. Was für eine Schneeflocke musst du sein, um dich deswegen einzupissen, ey. Ganz ehrlich, wenn ich mich jedes Mal so einscheißen würde, wenn irgendjemand in irgendeinem verfickten Stream irgendwas über mich schreibt, ich würde den ganzen Tag auf der Schüssel sitzen, Alter. Es würde den ganzen, ich würde gar nicht mehr in der Lage, es wäre eine Top-Diät, ne. Weil ich wäre nicht mehr in der Lage, irgendwelche Nahrungsmittel, irgendetwas zu mir zu bekommen. Nährstoffversorgung würde auf null runtergeschraubt werden, weil das den ganzen Tag einfach flüssig durchläuft, Alter. Diese verdammten Snowflakes. Ich sag's euch so, für mich sind das die Woken. Für mich sind das die Woken, wenn du dich wegen so einer Scheiße einpisst, Alter. Wie ernst kannst du das Leben eigentlich nehmen? Wie hypersensibel bist du denn? Hör auf, dich einzuscheißen. Was ist denn los mit euch, ey? Die Woken-Gefahr. Die nehmen alles viel zu ernst, diese Woken. Die sind so hypersensibel. Der hat mich eine Moderatorin rechts genannt. Ach du Scheiße, ey. ... dummen Kommentar drehen, den sonst niemand außerhalb eines kleinen Twitch-Streams mitbekommen hätte. Was aber zurückbleibt, ist, die Woken sagen ja auch, Grog wäre rechts. Ich nenne das, aber was ist mit diesem einen Idioten? Niemand will da ein Schnitzel verbieten. Ja, aber was ist mit dem einen Tweet? Ich will schon Schnitzel verbieten. Also da möchte ich ganz offen und ehrlich sein. Während ich natürlich nicht glaube, dass Gronkh rechts ist und er ist recht nicht rechtsextrem, das ist ja komplett an den Haaren herbeigezogen. Das ist ja kompletter Schwachsinn. Also das ist so blöd. Das kann nur gedacht werden von Leuten, die mit Politik genauso viel am Hut haben wie Gronkh. Aber wenn es um das Schnitzel wegnehmen geht, das will ich wirklich. Ich will euch euer verficktes Schweineschnitzel aus der Hand zerren. Wenn ich das könnte, irgendwie würde ich das machen. Und bei allen Leuten, wo ich das kann, mache ich es auch. Wo jemand das mal geschrieben hat, ich sage, das war ein Idiot. Aber ich würde auch, ich würde euch auch köstliche Alternativen anbieten, wie zum Beispiel das vegane Schnitzel von Green Force. Mit dem Rabattcode Kevin30 könnt ihr da 25% Rabatt bekommen, wenn ihr auf der Green Force Webseite das herrlich pflanzliche Schnitzel von dieser großartigen Firma besorgt. Also ja, ich bin ein böser Bube, der euch das Schweineschnitzel wegreißen möchte, aber ich beschenke euch dafür mit köstlichem Erbsenschnitzel. Wirklich. Sehr viel leckerer und gesünder. Ich weiß, ob dieser Idiot nicht sogar vielleicht bewusst getrollt hat, um zu spalten. Wenn ich jetzt rechtsradikal wäre, dann würde ich eher mich im Internet, also du kennst, so wie so Fishing-Accounts, also Catfish-Accounts, also Männer, die so Frauen sind. Ich würde als Rechter, ich würde als Rechter, würde ich mir so einen LGBTQ plus Transgender-Account machen und würde jeden darauf hinweisen, dass sie gendern sollen und diese ganzen Sachen. Verstehst du, was ich meine? Das klingt wie eine Verschwörungstheorie, es ist aber bewiesen, dass russische Trollfarmen ähnliche Taktiken nutzen, um die Gesellschaft zu spalten. Fake-Russian-Accounts, posing as Americans, have released a barrage of social media posts. Das ist, das passiert, das passiert, das passiert hundertprozentig. Weil ich kenne halt, also ich kenne von den, jetzt mal, jetzt mal ganz, jetzt mal die Bescheidenheit ein bisschen, die Bescheidenheit ein bisschen zur Seite gedrängt. Aber wenn es doch darum geht, irgendwelche woken linken Meinungen zu bekommen, dann ist das ja schon mal eine gute Anlaufquelle, wenn man jetzt mal hier guckt, was ich zu einem Thema sage. Und ich kenne niemanden, der Relevanz hat, der diese Gronk-is-Rechts-These irgendwie bestätigt hätte. Kenn ich nicht. Ich kenne niemanden, der sagt, ja, Gronk ist rechts. Kenn ich nicht. Weil tatsächliche Linke, insbesondere Linksradikale, die kennen rechte Menschen, die wissen, wer die Bedrohung ist. Die kennen Rechtsextremismus und Rechtsextreme. Und die würden niemals auf den Gedanken kommen, jemanden wie Gronk da irgendwie zuzuordnen. Die würden auch nicht auf den Gedanken kommen und Kuchen-TV Rechtsextrem nennen. Das passiert auch nicht. Oder Jay Riddle oder irgendwelche anderen von denen. Das wird doch niemandem einfallen. Das heißt nicht, dass das alles Trolle sind. Ein gutes Beispiel für mich ist da die militante Veganerin. Die hat unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommen, auch von ganz vielen anderen Influencern, weil sie eine extreme Position einnimmt, die von den meisten Menschen, die sich vegan ernähren, so gar nicht geteilt wird. Das stimmt nicht. Ich kenne niemanden, ich kenne niemanden, der vegan lebt, der den Inhalt nicht teilt. Also der Inhalt von der militanten Veganerin, der ist in den allermeisten Fällen tatsächlich korrekt. Was das Problem ist an der militanten Veganerin, ist die sehr fragwürdige Umsetzung, also die Art des Aktivismus ist. Die ist sehr fragwürdig. Fragwürdig ist, dass sie Politik versucht, also Gesellschaft und Politik gänzlich aus dem Tierrechtsaktivismus herauszunehmen, dass es ihr scheißegal ist, wer rechts ist, mit wem darüber gesprochen wird, welche Menschenfeindlichkeit damit ebenfalls mit nach vorne gepusht wird, dass sie beispielsweise im Umgang mit Kindern sehr, sehr viele soziale Faktoren nicht mit einbezieht, beispielsweise, dass Kinder, Jugendliche abhängig sind von den wirtschaftlichen Erzeugnissen der Eltern. Also ein Kind anzuschreien, warum es nicht vegan ist, ist das Bescheuertste, was du tun kannst, weil im besten Fall löst du damit irgendein Traumata aus und erreichen tust du damit nichts, weil das Kind eben nicht in der Lage ist, selbstständige wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen. Du machst es dann abhängig von der Offenheit der Eltern und die ist in den meisten Fällen nicht da, wo sie hingehört. Deswegen ist für mich Tierrechtsaktivismus immer dann angemessen derzeit, wenn eine Person in der Lage ist, selbstständig wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen. Mache ich meinen eigenen Einkauf? Koche ich für mich selber? Bin ich in der Lage, mich selbst zu ernähren? Wenn ja, veganer Aktivismus? Çok güzel. Bist du irgendwie so ein achtjähriges Kind und du musst essen, was deine Eltern dir auf den Tisch legen, dann nützt es nichts, das Kind anzuschreien, dass es irgendwelche Tiere ermordet. Auch dieses du ermordest Tiere ist halt in der Kommunikation eher etwas, das die gesamte Debatte beendet, weil das ist so der schwerwiegendste Vorwurf, wenn auch richtig, den man einem Menschen machen kann und kein Mensch im Jahr 2023 würde ja von sich behaupten, dass er gerne Tiere ermorden lässt. Das kenne ich nicht. Die meisten Menschen da draußen sind super tierlieb. Der Großteil der Bevölkerung in Deutschland ist tierlieb. Der Kapitalismus und das System dahinter versteckt allerdings das Leid der Tiere hinter dem Produkt, das irgendwann abgepackt in der Werbung und dem Edeka zu sehen ist. Und da müssen wir versuchen, diese Grenze zu zerbomben und sichtbar zu machen, was unsichtbar ist. Und dann bin ich absolut, absolut sicher darüber, dass der Großteil der Menschen, wenn er das vernünftig zugetragen bekommt, auch die richtige Entscheidung trifft und dann eben vegan lebt. Aber du beendest diesen Diskurs und verhinderst diese Erkenntnis, wenn du einen Menschen direkt anschreist und sagst, du bist ein Mörder! Du tötest Tiere! Das ist vorbei. Dann ist Schluss. Dann ist Ende der Debatte. I read a first-time chatter. Ist es nicht egal, ob man jemanden als rechts- oder konservativ bezeichnet? Man muss ja nicht rechtsradikal sein, aber dennoch rechtskonservativ. Hä? Also es ist egal, also ich würde sagen, es ist vollkommen egal, wenn dich jemand in einem anderen Twitch-Chat vor ein paar hundert Leuten als rechts bezeichnet. Das ist total scheißegal. Ja, absolut. Aber ich persönlich unterscheide nicht zwischen Rechten und Rechtsextremen, weil wenn du rechts bist, dann legitimierst du Rechtsextremismus. Wenn du dich hinstellst und für die Abschiebung von Ausländern plädierst, dann musst du damit rechnen, dass Leute wütend genug werden, diesen Ausländern auch Gewalt anzutun. Du bist also im allerbesten Fall bist du sowas wie ein Katalysator für deren Gewalt. Du legitimierst das. Ist Erwin rechts? Alter, DMK, bist du wirklich noch besoffen oder was? Was ist denn los mit dir? Du tippst hier seit fucking zehn Minuten nur abwesenden Schrott in den Chat. Halt doch mal dein dummes Maul, ey. Was ist denn los mit dir? Was kommt als nächstes? Warum ist Jay Riddle kacke? Ich war gerade nicht da. Ich habe nur den Namen gehört. Ist Erwin rechts? Wie sieht das eigentlich mit Impa aus? Ist der eigentlich rechts? Wie sieht das mit Sinan aus? Ist der eigentlich rechts, Karl? Karl, kannst du mir mal sagen, ob Alicia John auch rechts ist? Karl, kannst du mir das mal sagen, Karl? Mach doch dein dummes Maul zu, Junge. Geh doch zu deinen Eltern und nerv die oder gehen die nicht mehr ans Telefon, wenn du anrufst. Du Hurensohn. Social Media belohnt solche extremen Positionen immens. Manche nutzen das, um zu trollen. Manche wählen diese Position bewusst, um damit Geld und Aufmerksamkeit zu generieren. Und manche labern einfach nur Scheiße, weil die Hemmschwelle auf Social Media so viel niedriger ist, einfach rauszuhauen, was man gerade denkt. Genutzt wird das Ganze aber auch politisch. Kapitel 6. Die Welt ist gar nicht Vogue. Kannibalismus. Ich glaube, wir als Gesellschaft sind uns alle einig, das sollte nicht erlaubt sein. Kannibalismus liegt also außerhalb des sogenannten Overton-Fensters. Das ist eine Theorie des Politikwissenschaftlers Joseph Overton, das den Rahmen an Ansichten beschreibt, die wir als Gesellschaft nicht normal erachten und in dem die Politik dann Diskussionsspielraum hat. Es ist die Overton-Wendow. Es ist ein Konzept in politischer Wissenschaft, das sagt, there is this window of ideas the public is willing to accept. Everything inside the window is normal and expected. Everything outside the window is radical, ridiculous or unthinkable. Nur dieses Fenster verschiebt sich natürlich dauernd. Und ich kenne, ich kenne diese Verschiebung. Und kleiner Spoiler, wenn er die gleiche Studie gefunden hat, die ich gefunden habe, dann wird das wahrscheinlich die ganzen rechten Schneeflocken ein wenig überfordern, weil die Linken immer noch da stehen, wo sie auch vor 15, 20, 25 Jahren gestanden haben. Nämlich links außen. Die einzige Seite, die sich verschoben hat, ist die Rechte. Denn während in den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern, 90ern der Rechtsextremismus so ein Stückchen zurückgegangen ist, wenn auch nicht durch Gewaltausschreitungen, aber zumindest die salonfähige Meinung in der bürgerlichen Mitte, so sind wir mittlerweile wieder an einem Punkt, wo gerade in Amerika rechts außen immer weiter ins Extreme driftet. Also wenn wir von einer größeren, wie soll man sagen, einer größeren, einem größeren Graben spricht, dann bauen denen nicht die Linken. Wir stehen immer noch da, wo wir immer standen. Und zwar alles ist scheiße. Wie stehst du aus einer veganen Perspektive zu Kannibalismus? Rito, vielen herzlichen Dank für diese sehr gute Frage. Maybe bin ich alt. Maybe bist du einfach ein bisschen dumm im Kopf, Junge. Und jetzt geh dein Eikraulen und hör auf zu tippen, Alter, wirklich. Einige von euch denken jetzt vielleicht gerade, ja, nach links, wegen der Voken Agenda. Aber ist das so? Zum Beispiel hat der konservative Ronald Reagan 1980 zu illegalen Einwandern aus Mexiko noch das hier gesagt. Reagan wollte damals Einwanderung aus Mexiko einfacher machen. Wer hat denn die ganzen Türken nach Deutschland geholt? Das waren doch bestimmt die Linksradikalen, oder? Nee, warte mal. Das waren konservative Rechte, die günstige Arbeitskräfte brauchten. Hm, schwierig. ...öffnen. Vergleich das mal 40 Jahre später mit dem ebenfalls republikanischen Kandidaten Trump, was der aktuell so zu einwandern sagt. Junge immer Türken. Ja, bedauerlicherweise ist das so, dass gerade im Osten der Türkei damals sehr viele ungebildete Menschen, also sozioökonomisch benachteiligte Menschen gelebt haben, die verzweifelt nach irgendeinem besseren Leben gesucht haben und deswegen auch mit diesem günstigen Arbeitskraftstempel in den 70ern nach Deutschland gekommen sind. Also da kann man tatsächlich von dem Pull-Faktor sprechen, dass wir uns mit einer CDU-Regierung hingestellt haben und gesagt haben, ey, du bist ungebildet, du bist ein ungebildeter Bauer aus dem... Du bist ein ungebildeter Osttürke. Komm doch nach Deutschland und werd günstige Arbeitskraft. Trump hat in den USA und vermutlich sogar auch bei uns das Overton-Fenster weit nach rechts verschoben und zwar mit einem ganz simplen Trick. Ich würde argumentieren, dass in Deutschland durch die AfD etwas ähnliches passiert ist. Unser Overton-Fenster hat sich auch verschoben. Und zwar auch nach rechts. In den USA zeigen Studien, dass sich rechts und links... Genau, genau die kenne ich. ...weiter auseinander bewegen, rechts aber weitaus mehr dazu beiträgt. Durch das Internet hat sich das Fenster sicherlich an beiden Seiten geöffnet, weil einfach jeder heute eine Stimme bekommt und so auch extremere Meinungen. Aber in meiner Wahrnehmung hat... Tatsächlich linksextreme Meinungen werden ja überhaupt gar nicht kritisiert. So, dieses Anti-Woke hat ja sehr viel weniger mit linker Politik zu tun, als die Leute das glauben mögen. So, wo wird denn Antikapitalismus debattiert? Wo wird denn das Staatenkonzept kritisiert oder debattiert? Das spielt ja alles gar keine Rolle. Der einzige Aspekt linker Politik, der irgendwie derzeit medial aufgearbeitet wird oder Internetmedial, ist ja die Gleichstellung der Geschlechter. Das ist legit fucking alles. Es geht um nichts anderes. Und noch nicht mal Gleichstellung aller Geschlechter. Es geht derzeit ganz speziell um Rechte von Transmenschen, die ja sogar in vielen Fällen, in den meisten Fällen meiner Wahrnehmung nach, einem binären Geschlechtersystem zugeordnet werden können. Transfrauen sind Frauen, Transmänner sind Männer. Das ist ein binäres System. Das müsste denen sogar irgendwie in den Kram passen. Tut es aber nicht. Das ist der einzige Aspekt, der derzeit irgendwie von diesen edgy Quatschköpfen aufgearbeitet wird. Mit tatsächlich linken oder linksradikalen Positionen wird sich ja gar nicht auseinandergesetzt. So, ihr wollt euch damit auseinandersetzen? Herzlichen Glückwunsch. Kapitalismus ist am Arsch. Was wir brauchen, ist eine kommunistische Weltrevolution. Wir müssen uns alle Menschen der Arbeitenden, der Unterdrückten, der Ausgebeuteten Klasse, und das sind weit mehr als 98% aller Menschen auf diesem Planeten, müssen sich zusammentun und die Unterdrücker dahin schicken, wo sie hingehören. Wir müssen den Kapitalismus beenden und wir müssen in einer sozialistischen Welt den Klimawandel bearbeiten. Das ist das, was wir tun müssen. Das ist eine linksradikale Positionierung. Aber mit der wird sich ja nicht auseinandergesetzt. Es wird sich hingestellt und es wird gesagt, ja, wir, Regenbogenflagge nervt mich. Das hat ja nichts mit Linkssein zu tun. Hat es sich halt nach rechts mehr geöffnet im öffentlichen Diskurs. In Deutschland zeigt die Mittelstudie, die Zustimmung von Rechtsextremismus nimmt zu. Die Macht gehört der arbeitenden Klasse. Nee, die Macht gehört der arbeitslosen Klasse. Wir sind nämlich dank technologischem Fortschritt mittlerweile an dem Punkt, dass AI und Maschinerie sehr viel unserer Arbeitsleistung übernehmen könnte. Und wir könnten uns einfach gechillt zurücklehnen. Weißt du? Fucking 15, 20 Stunden die Woche ein bisschen auf Low-Key buckeln und dann ist alles in Ordnung. Wir könnten alle Rolex tragen. That's reality, Freunde. Das ist Realität. Ihr wollt eine andere linksradikale These haben in Deutschland, die ein bisschen systemkonformer ist. Alles klar, wir müssen den Wohlstandsbegriff zerbomben. Die Art und Weise, wie wir Wohlstand definieren, ist ein kompletter Witz. Das Wohlstandsdefinition, den Wohlstand, den derzeit Leute mit 700 Euro im Monat verteidigen, ist der Renditegewinn der Kapitalisten in diesen Ländern. Das sind 500 bis, keine Ahnung, lass es, sagen wir im geringsten 500, im maximalen 15.000 Menschen, die diesen Wohlstand, den wir generieren und verteidigen, überhaupt ausmachen und davon profitieren. Das ist bei 83 Millionen Deutschen ein ziemlicher Witz, oder nicht? Donald Trump könnte wieder US-Präsident werden und auch aktuelle Wahl- und Fragen bei uns zeigen jetzt nicht unbedingt Wachstum von den Woken, sondern eher die AfD bei 20%. Und für die Leute, die sich fragen, was denn ein erster Schritt wäre, begrenzt Vermögen. Hast du mehr als 100 Millionen an Vermögenswert, gehört dir das weggenommen. Und zwar zu 100%. Milliardäre sind das verfickte Problem. Wir müssen aufhören, diese Kämpfe innerhalb der gleichen Klasse zu befeuern. Wir müssen aufhören, dafür zu sorgen, dass sich Niedriglöhner aus Deutschland mit Arbeitslosen aus Syrien boxen. Wir müssen aufhören, dass sich Mindestlöhner aus Deutschland mit Bürgergeldempfängern boxen. Wir müssen aufhören, dass sich irgendwelche Leute, die 16 Euro die Stunde verdienen, mit den Leuten boxen, die jetzt 12,40 Euro die Stunde verdienen. Ihr seid beide am Arsch. Surprise! Wir müssen anfangen, dass die Leute, die ausgebeutet und unterdrückt sind im System, das ist der Großteil der Menschen auf diesem Planeten, sich gegen die richten, die nämlich deren Leben zu dem machen, was sie sind. Und die sitzen oben. Krieg den Palästen. Sein. Dass sich der Diskurs nach rechts verschoben hat. Und ja, auch wenn du ein paar Millionen auf dem Konto hast, auch du musst Paläste stürmen. Es ist scheißegal, ob du ein paar Millionen hast. Ein paar Millionen an Vermögen jucken fucking niemanden. Die sind auch kein Problem. Die Leute, die problematisch sind, die haben weit mehr als ein paar Millionen. Wenn du ein paar Millionen hast, lebst du in einer Hütte. Und die gilt es zu schützen. Und progressive Ideen deswegen leichter und öfter als radikaler geframed werden, als sie eigentlich sind. Wie eben beschrieben, gibt es natürlich radikale Voke-Positionen. Aber in meiner Wahrnehmung ist das eine kleine Minderheit. Man muss erst klein anfangen, also von 100 Millionen nur 90 wegnehmen. Du hast mich missverstanden. Leute, die 100 Millionen haben, sollen 100 Millionen behalten. 100 Millionen sind scheißegal. 100 Millionen interessieren fucking niemanden. Leute, die 100 Millionen haben, denen musst du nichts wegnehmen. Wenn du mehr als 100 Millionen hast, dann muss dir alles weggenommen werden, bis du wieder 100 Millionen hast. That's the problem. Da sollten wir anfangen. Das ist der erste Hebel. Wir müssen Milliardäre enteignen. Aber sich untereinander zu bekämpfen, ist einfacher, als gegen das System zu kämpfen. Das wird das Argument sein. Es ist überhaupt nicht einfacher. Es ist so einfach, gegen das System zu kämpfen. Es ist so fucking einfach. Weißt du, wenn du als einzelner Person deine Gasrechnung nicht bezahlst, dann kommen Leute und stellen dir den Strom ab oder das Gas ab oder sonst irgendwas. Wenn das 100 Leute machen, passiert das auch. Wenn das 1000 Leute machen, passiert das auch. Aber weißt du, was passiert, wenn Hunderttausende bis Millionen nicht mehr auf die Ausländerschirts stürzen, sondern einfach ihre Rechnung nicht mehr bezahlen? Das ist Protest. Leute können ihre Rechnung nicht mehr bezahlen? Alles klar. Wie viele sind das? Millionen? Alles klar. Raus mit den Rechnungen. Verbrennt den Scheiß. Und jetzt antwortet bitte. Es ist nur sehr viel attraktiver, weil Demagogen dazu führen, dass wir einfache faschistische Feindbilder verantwortlich machen. Die Ausländer. Die Arbeitslosen. Erschließt sich mir nicht. Die Woken. Die dann aufgebauscht wahrgenommen wird. Niemand Vokes redet so viel über Gendern wie Markus Söder. Und niemand denkt wirklich, Alice Weidel wird das Schnitzel weggenommen. Außer Alice Weidel. Und ehrlich gesagt, glaube ich, dass sie das auch nicht wirklich glaubt. Kleiner Funfact am Rande. VW hat übrigens dieses Jahr auch die Currywurst zurückgebracht. Ich habe auch noch ein anderes Beispiel, das meiner Meinung nach zeigt, dass die Wahrnehmung von Vogue-Kritikern eventuell verzerrt ist. Und das ist Hollywood. Ich will euch mal was vorlesen. Ich fordere euch heraus, mir einen Film oder eine Serie... Wie will man eine Rechnung nicht bezahlen? Guck mal. Nur weil deine Mama dir eine Lastschrift eingerichtet hat für deine Rechnung, heißt das nicht, dass es nicht auch andere Menschen gibt, die das immer noch händisch überweisen. Und dann machst du das einfach nicht. Ich bin 37, Karl. Na und? Na und? ...Serie zu nennen, die irgendeine Art von intelligenter, konservativer Position vertritt. Schickt man ein... Ich würde mich übrigens, wenn du wirklich 37 Jahre alt bist, würde ich mich fucking schämen, durchs Internet zu rennen und 35-Jährige zu fragen, was sie von Jay Riddle halten. Was ist das für eine kümmerliche Existenz? Wenn du Rechnungen nicht bezahlst, kann es auch kleine Betriebe treffen. Ach gut, dann lassen wir es. Dann lassen wir es einfach. Entschuldigung, hast du recht. Hast du recht. Ein Reporter, undercover als Autor, in ein Meeting mit einem Hollywood-Studio und versucht, einen Film zu pitchen, der nicht Frauen... Die kleinen Gasbetriebe. ...Frauen oder Minderheiten schmeichelt. Jeder... Das ist genau wie die Leute, die sich im Kampf gegen die fossilen Brennstoffe hinstellen und sagen, was ist denn mit den Leuten, die noch in der Kohleindustrie arbeiten? Übrigens, ich habe mal Mathematik gemacht. Wenn wir die Subventionsgelder eines Jahres in die Kohleindustrie nehmen würden und so wie sie ist, an die noch verbleibenden Arbeiter in der Kohleindustrie auszahlen würden, würden die alle mit einem achtstelligen Betrag nach Hause gehen und würden sich wahrscheinlich keine Gedanken mehr machen müssten. Aber das macht man natürlich nicht, weil das ist ja auch unschön. Dagegen nicht traditionelles Casting ist, wird gesellschaftlich geächtet. Jede Story, die darauf anspielt, dass es Rassismus in beide Richtungen gibt, wird nicht produziert. Das klingt wie etwas, was heute jemand auf YouTube über Disney sagen könnte, oder? Ist es aber nicht. Das ist ein Leserbrief an die New York Times aus 1992. Seit den 70ern gilt Hollywood als progressiv. Erzählt mir nicht, dass Hollywood plötzlich Vogue geworden ist. Hollywood ist länger Vogue, als wir alle auf der Welt sind. Und wenn dir das in 2023 plötzlich auffällt, dann ist es vielleicht nicht Hollywood, was sich verändert hat. Die sind auch nicht Vogue, die sind einfach nur opportunistisch. Genauso wie jedes andere profitorientierte Unternehmen. So, das ist doch... Leute denken auch, wenn ich sage, ja, ist doch in Ordnung, wenn die repräsentiert werden. Ist doch scheißegal. Dann denken die, dass ich Disney damit verteidige. So, Disney ist ein Drecksladen, Alter. Disney ist ein kompletter Drecksladen, Alter. Die ist komplett zu vergessen. Disney ist mir scheißegal. So, Disney kann verrecken. So, das ist mir total bummsegal. So, wirklich. So, mir geht es einfach nur darum, dass Repräsentation jeder Art in einem unfairen System, wo Marginalisierung vorherrschend ist, in Ordnung ist. Oder zumindest nichts, wo ich jetzt gegen vorgehe. Ja, hat nichts mit Disney verteidigen zu tun. Kapitel 7. Wie Vogue bin ich denn jetzt? Ich finde, wenn Leute gendern wollen, dann sollen sie das gerne machen. Aber eine Genderpflicht finde ich genauso unsinnig wie ein Genderverbot. Ich persönlich gender manchmal. Zum Beispiel, wenn ich meiner kleinen Tochter ein Buch vorlese, unter was von Wissenschaftler steht. Dann sage ich, hey, es gibt übrigens auch Wissenschaftlerinnen. Ich ernähre mich vegetarisch, meistens sogar vegan und finde es auch wichtig, mit Blick auf Tierwohl und Klima den eigenen Fleischkonsum mal zu überdenken, wenn möglich. Trotzdem habe ich absolut nichts gegen Menschen, die Fleisch essen und es ist mir völlig egal, ob eine Kantine, in die ich nie gehen werde, jetzt auch Currywurst anbietet oder nicht. Und ich werde garantiert nie jemandem das Schnitzel wegnehmen. Ich finde, ob Transfrauen im Frauensport mitmachen, ist A, eine Frage, ob die Person eine männliche Pubertät durchgemacht hat. B, eine Frage des Sports, im Kampfsport. Das könnte schwierig sein, aber im Eiskunstlauf oder sowas ist es doch völlig egal. Ich habe mich mit Kampfer, ich habe ja selber, ich habe ja Kickboxen gemacht sehr lange und Kampfsport ist eine meiner Lieblingssportarten. Ich gucke das sehr, sehr gerne und ich habe mich mit Transmenschen im Kampfsport beschäftigt. Das ist kein Problem. Das ist jetzt nicht so, als wäre das eine übermäßige Gefahr für irgendjemand. Und insbesondere ist es bei dieser Sportthematik auch immer ein bisschen schwierig, von Trans zu sprechen. Weil wir sprechen ja nicht über alle Transmenschen. Wir sprechen legit nur über Transfrauen. Transmänner bekommen absolut keine Aufmerksamkeit, wenn es um Sport geht. Die stellen auch in den Köpfen fragiler Männer kein Problem da. Weil das sind ja Frauen. Die sind ja keine Gefahr für Männer. Also bringen wir es doch auf den Punkt. Ein paar Leute scheißen sich ein. Ein paar Leute, die sich in ihrem Leben noch nie für Frauensport interessiert haben, scheißen sich darüber ein, dass sie irgendwo mal in irgendeinem Facebook-Artikel gelesen haben, dass eine Transfrau in einem regionalen Wettbewerb mal eine Bronzemedaille gewonnen hat. Und das ist unfair. Und da gibt es auch diese eine Frau, die das mal gesagt hat in einem Interview und die ist ja selber Hürdenläuferin. Also sollten wir auf Betroffene hören. Ja, wie denn? Was denn? Wann hören wir denn auf Betroffene? Wenn es dir passt oder was? Ich finde diese Sportdebatte so unendlich fucking langweilig. Ich finde das so fucking ermüdend. Aus mehreren Gründen. Der Hauptgrund ist, weil man damit einfach nur den Diskurs verschieben möchte. Man möchte sich nicht öffentlich hinstellen und sagen, ich will, dass Transmenschen nicht existieren. Und weil man das nicht sagen möchte, sagt man, naja, also Transmenschen sollten eingeschränkt werden. Und zwar in allem, was sie machen, besonders im Sport. Das baut das Narrativ, dass Transmenschen nur deshalb trans sind, um im Sport zu dominieren. Was erstens nicht faktisch ist, also bitte zeigt mir diese Weltrekorde. Zeigt mir diese Goldmedaillen. Zeigt mir diese Transfrauen, die jeden Sport dominieren. Überall auf diesem Planeten. Zeigt es mir einfach. Also ich möchte es einfach nur sehen und verstehen. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Ich möchte es nur mal sehen und dann kann ich es vielleicht auch verstehen. Aber bislang gibt es das einfach nicht. Und das ist irgendein Gespenst, den man, den, dass man nach vorne schickt und wo man sagt, das könnte aber passieren und deswegen müssen wir, müssen wir darüber sprechen. Es ist absolut absurd. In South Park gab es eine. Und in South Park hat man sich, und das wurde auch nicht verstanden, darüber lustig gemacht, dass die Leute genau diese Gefahr sehen. Das ist eine komplette Schrottdiskussion. Insbesondere darf diese Schrottdiskussion niemals eine Daseinsberechtigung haben, wenn wir über Basic-Menschenrechte sprechen, wenn wir über Selbstbestimmung sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass gesellschaftliche und vor allem auch strukturelle Diskriminierung aufhört und beendet werden muss. Wenn sowas, wenn solche Themen auf dem Tisch liegen, dürfen wir niemals Leistungssport irgendwie verwenden, um irgendwelche verfickten Punkte zu machen. Wir dürfen niemals Hormontherapie ad acta legen und diesen Menschen verweigern oder sogar verbieten wegen Profisport. Das darf nicht passieren. Für mich persönlich, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist diese Sportdebatte, wenn es um Transrechte geht, einer der größten Idiotenstempel, den du dir selber geben kannst. Das ist, das disqualifiziert dich für mich instant. Das ist instant Disqualifizierung. So, dir geht es nicht darum, irgendetwas auszudiskutieren, dir geht es davor, darum, irgendeinen Scheiß nach vorne zu schicken, um Punkte zu machen, die keine Gefahr darstellen. Aber Karl, heißt das etwa, dass du möchtest, dass deine Kinder in Florida in der Kabine mit Männern sind, wenn sie denn ein Mädchen sind? Nee, aber soll ich dir was sagen? Übergriffige Männer gibt es auch ohne Transmenschen. Männer werden auch ohne, dass es Trans jemals gäbe, und es gibt ja Transmenschen, das ist ja nun mal so, da muss man ja wirklich nur die verfickten Augen aufmachen, aber auch, wenn es die nicht geben würde, gäbe es übergriffige Männer. Und wisst ihr, die Gefahren dieser Transmenschen sind mittlerweile so allgegenwärtig, dass wir sexuell übergriffiges Verhalten von Lehrkräften gegenüber Kindern akzeptieren, weil es als notwendig angesehen wird. Das passiert. In Florida passiert das, dass Kindern in die Unterhose geguckt wird, um sicher zu gehen, dass die ja auch den richtigen Sport machen. Ist das die Lösung, die sich die Leute, die die Kinder schützen wollen, wünschen? C ist es eine Aufgabe der jeweiligen Sportverbände und von betroffenen Personen sowas zu entscheiden, weil die meisten von uns haben sich ehrlich gesagt noch nie wirklich für Frauensport interessiert. Ich finde es heuchlerisch, wenn Unternehmen zum Pride Month Rainbow Washing betreiben, sonst aber komplett rückständig sind, finde es aber trotzdem besser. Grüße gehen raus übrigens nach Twitch. Besser als die Alternative, dem Thema keine Aufmerksamkeit zu schenken. Ich finde es wichtig, dass kleine schwarze Mädchen auch eine schwarze Prinzessin haben, zu der sie aufschauen können und dass Filme als Kunstform die bunte Realität unserer Gesellschaft auch tatsächlich abbilden und dass dem Ganzen vielleicht aufgrund der bisherigen Überpräsenz von Menschen, die so aussehen wie ich, ein bisschen mehr Priorität gegeben werden sollte. Ich bin aber trotzdem unsicher, ob das Recasten bekannter Charaktere dafür dann der beste Weg ist. Macht mich das jetzt Vogue oder nicht? Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Es gibt sicher Leute, die in beide Richtungen zu jedem dieser Themen. Es ist so absurd, was auch so eine Geschichte ist, wo man auch eigentlich als normal denkender Mensch auf den Trichter kommen könnte, dass das kompletter Quatsch ist und vorgeschobener Unsinn. Die gleichen Menschen, die sich wann immer es um Transfrauen im Frauensport geht, die sich schützen vor die Frauen stellen, sind die Menschen, die sich flüssig eingeschissen haben, weil jetzt Frauen in FIFA zu spielen sind. Das sind die gleichen Menschen, Junge. Das sind die gleichen Menschen, die sagen, nee, mir ist Frauensport wichtig und ich will einfach nur nicht, dass die Frauen benachteiligt werden. Aber wehe, so eine Frau schafft es in meinem Ultimate Team, dann ist aber auch die Hölle auf. Das ist so fucking durchsichtig und bescheuert. Also wer da noch mit Inhalten kommt, dem kann ich dann auch nicht mehr helfen. Da geht es einfach nicht um Inhalte. Da geht es um fragile Würstchen, die sich über Männlichkeit definieren und von tatsächlicher Männlichkeit überhaupt keine Ahnung haben und sich einscheißen bei jeder Gelegenheit. Ganz andere Meinungen haben. Der Begriff Vogue hat einfach jegliche Bedeutung verloren. Was ich aber weiß ist, rechte Kräfte werden immer stärker und es hilft sicherlich nicht, wenn ein Wort, was von wachsenden rechten Strömungen schon lange als Kampfbegriff besetzt wurde, gleichzeitig von allen Influencern genutzt wird, denen irgendeine Veränderung erzwungen progressiv erscheint. Das ist gefährlich. Denn die Leute, die in meinen Kommentaren mit der Woken-Agenda Hass auf Transpersonen rechtfertigen, sind vermutlich nicht die gleichen, die Disney dafür kritisieren, dass die Woke-Washing betreiben. So wird alles in einen Topf geschmissen und die Gesellschaft clean in zwei Lager gespaltet. Und das ist der beste Weg, wie rechte Strömungen gewinnen. Du machst es salonfähig. Da labere ich mir schon seit zwei Jahren den Mund fusselig. Dass dieser Begriff, dass all diese rechten Kampfbegriffe niemals salonfähig gemacht werden dürfen. Weil dadurch straight up einfach rechtsextremistische Kräfte ihren Weg in die bürgerliche Mitte finden. Da haben wir vor dreieinhalb Jahren angefangen drüber zu sprechen, als die einzigen Menschen, die sich aus politischer Direktive mit den Corona-Gegnern solidarisiert haben, die verfickten Nazis gewesen sind. So fucking Nazis sitzen da. Ja, herzlichen Glückwunsch. Damit macht man den scheiß salonfähig. Und dann nehmen die uns garantiert mehr weg als nur das Schnitzel. Am Ende des Tages sagt dieses Video einfach nur das, was sowieso jeder weiß, der den Begriff Vogue jetzt nicht verwendet, um damit gegen irgendjemanden zu hetzen. Und zwar hört auf, diesen Begriff zu verwenden. Hört auf, Gespenster zu suchen. Und wenn ihr nicht als rechts dargestellt werden wollt, dann hört auf, Rechtsextremisten zu unterstützen. Weil das sind die einzigen, die davon profitieren, wenn ihr euch am laufenden Band über irgendwelche 100.000 Aufrufe-Funkreportagen einscheißt. Bis zum nächsten Mal.